Ganz herzlich Willkommen im Märchenland. Ich bin Annika Hofmann. Ich nehme dich jetzt mit hinaus in unser Winterwunderland und erzähle dir, wie Hase, Fuchs und Bär friedlich eine Nacht verbringen. Viel Vergnügen. In einem kalten, fernen Land steht Vanyas Haus am Waldesrand. In langen Zapfen hängt das Eis und ringsumher ist alles weiß. Da ist bei Sturm in finsterer Nacht der Vanya plötzlich aufgewacht. Was höre ich da tocken? So fragt er sich erschrocken. Wer ist's? Wer klopft da an mein Haus? Ein Hase sitzt im Schneesturm draus. Der friert und jammert kläglich. Ich friere so unsäglich. Der Vanya sagt, komm nur herein. Ich heize gleich den Ofen ein. Das Feuer zischt und prasselt laut. Die Wärme dringt bis in die Haut. Der Haar streckt sich behaglich aus. Auch Vanya deckt sich wieder zu. Gut Nacht und angenehme Ruh. Doch kaum sind beide eingeschlummert, klopft es wieder, pocht und bummert. Wer steht jetzt draußen vor dem Tor? Ein roter Fuchs. Der steht davor. Er klagt. Erfroren ist mein Zeh. Ich hab genug von Eis und Schnee. Ich kann nicht weiter laufen. Lass mich bei dir verschnaufen. Der Hase ruft. Oh nein, oh nein, lass bloß den Fuchs hier nicht herein. Er ist darauf versessen, uns Hasen aufzufressen. Der Fuchs mit kalten Gliedern beeilt sich zu erwidern. Ich schwöre. Ich schwöre bei meiner Ehre, dass ich dich nicht verzehre. Der Vanya sagt. Na gut, komm rein. Doch halte dein Versprechen ein. Der Fuchs streckt sich behaglich aus. Bald wird es wieder still im Haus. Auch Wanya deckt sich wieder zu. Gut Nacht und angenehme Ruh. Doch es ist wirklich unerhört. Schon wieder werden sie gestört. Es klopft. Es kracht. Es kratzt und kracht. Ein Bär steht draußen in der Nacht. Und, das muss man erwähnen, er klappert mit den Zähnen. Der Vanya starrt den Bären an. Was mach ich bloß? Oh Mann, oh Mann. Und auch der Fuchs erbleicht vor Graus. Er ruft. Nun ist es mit mir aus. Der Bär hat es gerochen, dass ich ihm vor zwei Wochen ein Stückchen Fleisch gestohlen. Jetzt kommt er mich zu holen. Dem Bären sind die Ohren vor Kälte steif gefroren. Drum ist ihm alles einerlei. Er schwört, dass er ganz harmlos sei. Der Vanya sagt. Komm rein. Schon gut. Legt noch ein Holzscheit auf die Glut. Der Bär streckt sich behaglich aus. Nun wird es wieder still im Haus. Auch Vanya deckt sich wieder zu. Gute Nacht und angenehme Ruh. Der Schneesturm unterdessen tobt weiter wie besessen. Er reißt die stärksten Bäume aus und rüttelt an dem kleinen Haus. Darinnen schlafen wohlgeborgen Fuchs, Bär und Hase bis zum Morgen. Kaum aber fängt es an zu dämmern, beginnt es Hasenherz zu hämmern. Der Fuchs meint es nicht ehrlich. Er isst und bleibt gefährlich. Wie kann man sich vertragen? Dem knurrt doch schon der Magen. Und eilig, eh der Tag erwacht, hat sich der Haas davon gemacht. Der Fuchs erwacht aus Schlaf und Traum. Kaum wach. Er blickt den Bären. Kaum. Da fährt ihm auch schon wieder. Der schrecken alle Glieder. Der Bär ist gegen mich. Er grimmt, wenn das ein gutes Ende nimmt. Er wird mit seinen Tatzen mich ganz empfindlich kratzen. Es ist wohl besser, wenn ich gehe. Und auch er eilt hinaus in den Schnee. Nun schnarcht nur noch der Bär im Eck. Er schnarcht, er rührt sich nicht vom Fleck. Er ist nicht mehr durchfroren und hat auch warme Ohren. Da brummt er, blinzelt und wird blass. Denn was er sieht, erschreckt ihn sehr. Am Nagel hängt ein Schießgewehr. Verflixt. Verflixt, das ist ein Jägerhaus. Ganz heimlich schleiche ich mich hinaus. Die Sonne steht schon überm Wald. Da wird's bestimmt nicht mehr so kalt. Und bevor der Tag erwacht, hat auch der Bär sich davon gemacht. Der Vanya, noch vom Schlaf umfangen, begreift nicht, was hier vorgegangen. Er blickt umher im leeren Raum. War denn das alles nur ein Traum? Vorm Haus. Vorm Haus sieht er von drei Tieren die Spuren sich im Schnee verlieren. Der Vanya schaut und nickt und lacht. Wir haben wirklich diese Nacht gemeinsam friedlich zugebracht. Was so ein Schneesturm alles macht. wir haben mit einer